Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder ein aufgebraucht Video für euch und zeige euch mal wieder alles, was ich aufgebraucht habe in der letzten Zeit. Es ist auch ganz viel Putzutensilien, sage ich mal, dabei, Waschmittel und so weiter. Ja, bevor ich zu den Aufgebrauchtsachen komme, möchte ich euch noch darum bitten, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, da sind wir auch unter dem Namen Kuglers Live, da würden wir uns sehr freuen drüber. Und jetzt starte ich mal die ganze Story hinter meiner guten Mülltüte für euch, die ich so schön gesammelt habe in den letzten Wochen. Ich sage es euch. Meine Eltern waren zu Besuch und haben fleißig bei uns zu Hause mitgeholfen. Und mein Papa, der Opa hat es natürlich ganz gut gemeint. Und diese Mülltüte neben dem Müll, ich habe es nämlich in der Speisekammer aufgehoben, direkt neben dem gelben Sack. Und dann hat er das gesehen und hat sich gedacht, na, fügen wir doch die zwei Mülltüten einfach mal zusammen. Und dann hat er das dann reingeschmissen und irgendwann, ich glaube einen Tag später oder so, ist es mir dann aufgefallen, ich so, wo ist die Tüte, die da stand? Und niemand so, welche Tüte? Na, die mit den leeren Sachen drin. Also, keiner wusste, was ich meine, ich so, das war ein leerer Müll, den ich extra aufgehoben habe. Bis irgendwann der Opa dann gesagt hat, ja, das war ja Müll. Also hat er es in den gelben Sack, der Gott sei Dank noch da war. Und dann bin ich erst mal durch den ganzen Müllberg und habe alles wieder rausgesucht. Ja, ich habe mich meines Lebens wieder gefreut. Alles war gut. Ich kann das Video drehen, habe den Müllsack wieder daneben hingestellt. Und das Beste war, der Herr K., der Tom, der war hier gesessen, an dem Platz genau. Und hat sich noch drüber den Arsch abgelacht, dass der Opa das weggeschmissen hat und dass die nicht wussten, was denn ein Aufgebraucht-Video ist oder für was das überhaupt ist. Ja, zwei Wochen später, ich so, ja, ich drehe dann morgen mein Aufgebraucht-Video und so weiter. Ich gucke mal, was ich alles da habe, ob es schon reicht für ein Video. Also, ich in die Speis. Jetzt, ja, tief durchatmen, mein Lieb, tief durchatmen. Die Tasche war wieder nicht da. Ich so, oh mein Gott, wo ist die Tasche hin? Du hast aufgeräumt, wo hast du das hin? Das war doch Müll, ich kann nicht. Das war doch Müll, sagt er. Also hat das auch in den Müll geschmissen. Und der Tom hat es nicht nur hier oben in den Müll geschmissen, sondern unten richtig in die riesen Mülltonne. Ich so, hm, hm, nee, nee. Dann habe ich gesagt, ich hole das jetzt nicht mehr raus. Und er so, ich habe auch die Tüte einfach so ausgelenkt. Hm, hm, vergiss es. Kannst du das selber machen. Und dann musste er runter und das Ganze wiederholen. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Ganze ist. Ich habe das Gefühl, ein paar Sachen fehlen. Aber egal. Ich habe meinen geliebten Müll wieder und starte jetzt ins Video. Ich fange mal an mit meinen Standardsachen. Make-up Entferner und die Tücher dazu. Ich nehme immer diese großen von Ebelin, vom DM. Und als Make-up Entferner habe ich von Garnier, das mit Zellenreinigungswasser, schon ever, immer das mit dem rosanen Deckel. Ich weiß auch nicht warum, aber das mit dem roten und ich glaube, es gibt noch ein blaues oder türkises oder so. Ähm, die funktionieren bei mir nicht. Also nehme ich immer nur das rosane. Das Mittel hier nehme ich eigentlich nur immer für die Augen mit den Wattepads und für den Rest vom Gesicht. Ich weiß, das sieht gerade nicht so schön aus. Dieses Mikrofaser-Make-up Entferner-Tuch. Ähm, ich habe gesehen, das gibt es jetzt neu im DM auch zu kaufen. Und ich habe es halt bei Amazon bestellt. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken. Ich bin echt zufrieden mit dem. Da sieht man, mir ist nämlich der, ähm, Make-up Entferner ausgegangen. Also habe ich das Tuch genommen, aber mit dem muss ich einfach viel zu viel am Auge reiben und das mag ich gar nicht. Äh, gibt Faulton. Davon habe ich schon genug. Und deswegen nehme ich den nur fürs Gesicht, eigentlich. Und jetzt darf er dann auch wieder in die Waschmaschine, so wie der jetzt aussieht. Als nächstes habe ich hier das Shampoo. Das nehmen wir eigentlich auch immer und immer und immer wieder. Wie man sieht, sind schon wieder zwei leer. Äh, der Tom nimmt das auch her und mittlerweile nehme ich es für die Katie auch. Ich weiß, es ist kein Kindershampoo und, äh, mit Silikone drin und so. Aber mit der ihren ellenlangen Haaren, äh, bin ich mit den normalen Kindershampoos einfach nicht mehr durchgekommen. Äh, das zieht und zwickt und es sind nur noch, äh, überall so Knöllchen drin. Die tut mir schon immer total leid. Und deswegen habe ich jetzt das Shampoo auch bei ihr genommen. Und, äh, ich meine, wir waschen der ihre Haare einmal in der Woche, wenn es hochkommt. Und von dem her, ja. Und seitdem kein Zwicken, kein Ziepen, gar nichts mehr. Genau. Soviel zu dem Thema Shampoo. Und dann habe ich mein letztes Lena Garke Palmolive Forever Summer Duschgel vom letzten Jahr noch leer gemacht. Jetzt endgültig keins mehr da und ich mag es auch nicht mehr. Also, irgendwie muss ich mal, muss man das ja selber mal lernen, ne, dass man nicht immer drei Packungen von irgendwas kauft, nur weil es gut riecht. Weil irgendwann kann man es halt dann auch nicht mehr riechen. Jetzt bin ich froh, dass es leer ist. Aber es war echt gut. Dann auch ganz schnell, das habe ich im letzten Video auch schon gezeigt. Meine Waschmaschine ist fertig. Mein, äh, Trockenshampoo von Batiste. Das nehme ich immer, das braune. Und, ja, bin zufrieden damit. Ich finde auch kein besseres. Ich habe schon ein paar ausprobiert und das ist definitiv für mich das Beste. Ja, und den ganzen Sommer über haben wir eigentlich nur diese Sonnencreme von Garnier genommen. Das ist so ein UV Water Transparentes Sonnenschutzspray. Und das ist echt super, weil, ähm, es ist transparent und durchsichtig. Es ist wie Wasser eigentlich. Und, ähm, zieht schnell ein. Und damit waren wir ganz zufrieden. Als nächstes habe ich dann meine Peelings leer gemacht. Die zwei sind jetzt von Balea. Das eine ist das Lemongrass Öl Peeling. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und ist, äh, gut und günstig. Und deswegen kaufe ich das auch immer wieder nach. Jetzt im Moment, ich glaube, das haben sie gerade gar nicht. Ich habe nämlich jetzt das hier. Schönheitsgeheimnis Öl Peeling mit Mineralkomplex. Das ist relativ geruchslos. Ähm, deswegen mag ich eigentlich dieses Lemongrass lieber. Und, äh, werde mir auch das hier eher wieder nachkaufen, als wie das. Und dann habe ich noch ausprobiert, so, das war aber eine Limited Edition. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Ich habe schon überall gesucht, ob die, ähm, gerade vielleicht eine mit einem anderen Geschmack haben. Duschsalzpeeling Salty Coco. Also das fand ich vom Salzpeeling-Effekt her super. Nur der Geruch, den fand ich etwas too much und schon ein bisschen, äh, irgendwie ranzig. Ich weiß jetzt auch nicht, ist es drin. Kokosnussöl und dann irgendein Parfüm, was wohl Kokosparfüm ist. Und so riecht es auch, ähm, also sehr unnatürlich kokosnussig, sag ich mal. Ja, aber ich fand es gut und ich hätte es mir auch wieder nachgekauft, wenn es das noch geben würde. Mal gucken, was wir als nächstes rausbringen. Vielleicht irgendeine Weihnachts-Limited Edition Duschpeeling, hoffe ich. Ich habe hier noch ein Duschgel gefunden von Nivea. Balea, das habe ich mal zu Weihnachten von der Oma, glaube ich, geschenkt bekommen. Ähm, Nivea mag ich halt nicht so gerne den Geruch und deswegen fand ich es okay. Also ich habe es halt auch gebraucht, damit es leer ist und, ähm, werde es mir jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier noch so eine antibakterielle Seife von Balea. Also für mich tut es eine normale Seife auch, aber der Tom, der hätte das gerne immer in antibakteriell. Deswegen haben wir jetzt die hier immer und, äh, sind eigentlich sehr zufrieden damit. Dann habe ich auch noch Premiere, zwei Sachen vom Tom mit aufgehoben. Einmal sein Duschgel von Axe, äh, das hat er immer und immer wieder. Das riecht voll lecker nach Sauna. Ich finde es auch immer voll gut, wenn er dann in der Dusche ist und mal reinkommt. Mh, und dann dieser Saunageruch. Und dann haben wir noch einen, äh, Deo Adidas, 48 Stunden mit Null-Aluminium-Salze. Aber mit dem war er nicht so zufrieden. Also das fand er nicht so gut. So, dann komme ich zu meinen Gesichtspflegeprodukten. Ähm, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Diese Kiehl's Augencreme mit Avocado. Die finde ich ganz gut für den Abend. Für, äh, tagsüber oder für morgens ist sie mir zu reichhaltig, weil nämlich dann das Augen-Make-up immer verläuft oder, ähm, beziehungsweise der Concealer verschmiert. Deswegen nehme ich die immer abends her. Und die andere von, äh, Clinique, Better, weiß, irgendwas mit Rich heißt die, glaube ich. Äh, die nehme ich immer dann am Morgen unter Make-up her. Und dann auch leer gemacht, endlich, muss ich sagen, ähm, Daily Refining-Konzentrat von Kiehl's. Ähm, das war so ein Orangen-Konzentrat. Und das hat auch so gerochen wie Orangenöl oder wie so, kennt ihr das, was man in die, so Zitronat und Orang schart und sowas. Und, ach, ich, das konnte ich gar nicht riechen, aber ich hab's halt leer gemacht, damit man's leer macht. An sich war's gut, aber den Geruch, äh, konnte ich halt gar nicht leiden. Ja, die gab's im Doppelpack mit dieser Nachtcreme. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Aufgebraucht-Video gezeigt hab, aber die fand ich richtig gut. Also das Midnight Recovering Serum oder so hieß das, glaube ich. Dann hab ich noch so eine Balea Tuchmaske Avocado und Honig aufgebraucht. Und die fand ich auch super, äh, Feuchtigkeit spendend für normale und trockene Haut. Ja, die war gut. Was dann leider nicht so gut war, war der Lippenstift von NYX. Das ist so ein Soft-Matte in der Farbe Kahn. Ja, den fand ich gar nicht gut. Also der macht, äh, ganz streifige Lippen irgendwie und lässt sich nicht ganz gut verteilen. Und wenn er trocknet, dann, ja, dann sieht das auch aus, als hätte man die total trockenen Lippen. Ähm, einfach nicht schön. Und deswegen kommt der weg. Und dann ist mir ein Unfall passiert mit meinem Baby. Ja, das ist der Bronzer, Bronzer von, ähm, Veg and Wild. Und Bikini Contest hieß der. Also, wenn ich den nächsten Mal wieder irgendwo hinkomme, wo es Veg and Wild gibt, dann muss ich mir den nachkaufen. Der kostet nur 4, 5 Euro. Und der ist echt mein absoluter Lieblingsbrowser gewesen. Leider. Runtergefallen. Und in 1000 Stücke zerbrochen. So, dann kommen wir noch zum Hausmutti-Stuff. Ähm, ich fange mal an mit dem FIS, mit der FIS-Scheuermilch, die schon seit Ewigkeiten bei mir rumlag. Und die habe ich ganz ehrlich einfach auch nur gekauft wegen der Oma. Oder für die Oma. Weil die Oma, wenn immer bei uns ist, dann sagt sie, sie braucht eine Scheuermilch und so. Und ich so, sowas habe ich nicht. Ich nehme das nie her. Ja, also, ähm, habe ich es gekauft für sie. Damit sie bei mir zu Hause schön putzen kann. Äh, das hat sie dann auch getan. Und ich war so impressed, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat nämlich das kleine Bad vorne geputzt. Das habe ich in meinem Putzvideo schon erzählt. Und das Waschbecken hat gestrahlt wie noch nie. Der Wasserhahn hat gestrahlt, äh, neuer als neu. Und ich so, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Tam und Katie kamen gerade heim und haben mich unterbrochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Äh, jedenfalls nehme ich dank der Oma jetzt immer diese Scheuermilch zum Wischen für all meinen Waschbecken her. Um die wieder glänzend wie neu zu machen. Und bin echt zufrieden mit dem Teil. Viel besser als meine anderen Sachen. Dann, äh, um die ganzen Schmutzflecken von der Katie wegzukriegen, habe ich hier von Denk mit so eine Galsseife. Und die hat so einen coolen Aufsatz hier oben, wo man richtig gut schrubben kann. Ich habe mir jetzt zwar die Seife geholt, also die richtige Seife-Seife, der Umwelt zuliebe, damit ich nicht noch mehr Plastikflaschen, äh, hier habe. Und die Flasche hier, die behalte ich, damit ich die Flecken gut rausreiben kann mit der Galsseife. Äh, mit dem Bürstchen hier oben eben. Und wenn das hier nicht hilft, sondern die Flecken viel stärker sind, dann habe ich noch den Dr. Beckmann, äh, Fleckenteufel. Und zwar einmal gegen Ketchup. Also der ist auch noch gegen mehr Sachen, aber bei uns definitiv hauptsächlich gegen Ketchup. Und hier gibt es noch einen für Rotwein, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee. Äh, da ist bei uns definitiv das Obst Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und so weiter. Ähm, da komme ich nämlich mit dieser Galsseife überhaupt nicht weiter. Deswegen brauche ich da so einen Hämmer, der die Flecken gut rausbekommt. Und dann komme ich schon zu unserem letzten Produkt oder zu unserer, äh, blä, 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 zu unserer letzten Kategorie. Und zwar dem Waschmittel. Ich habe ja dieses Waschei, was ich hier schon mal gezeigt habe. Das nehme ich aber hauptsächlich nur für meine oder Katies Wäsche her oder unsere gemeinsame Wäsche, was meistens nur die rote Waschmaschine ist. Weil, äh, der Herr Kuglau möchte gerne normales Waschmittel, das besser riecht. Also man muss schon sagen, dass dieses, ähm, Ei einfach keinen Geruch hat. Da riecht die Wäsche halt einfach nur mit Wasser gewaschen so. Und, äh, ja, mit solchen Dingen riecht es halt besser. Und das hier habe ich mir gekauft, weil unsere schwarze Wäsche ganz schön ausgebleicht ist jetzt in den letzten Wochen. Oder auch über den Sommer, ähm, jedenfalls hat das sehr gut geholfen. Jetzt werde ich auch wieder nachkaufen, so ein schwarzes Colour Waschmittel. Und, äh, dann habe ich das Persil gehabt. Und jetzt im Moment haben wir von Rewe das, äh, Eco. Ähm, ja, also finde ich beide gut. Das Eco riecht halt auch wieder weniger als, äh, das Persil. Sauber machen sie alle. Ja, das ist halt auch gut für die Umwelt oder, beziehungsweise fürs Wasser. Für eine geringe Belastung für Gewässer. Weniger gefährliche Stoffe sind drin. Ähm, ja, ob es im Endeffekt so viel bringt für die Umwelt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber zumindest mal etwas fürs gute Gewissen, sage ich mal. Ja, das war's mit meinen Aufgebrauchtssachen. Ich bin durch. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Tipps... Ich hab den ganzen Müll hier um mich herum verteilt. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Tipps für euch dabei. Um immer up to date zu sein und auch zu sehen, wenn ein neues Video von uns online ist, abonniert unseren Kanal. Ich sag's gerne noch einmal. Einfach auf den roten Abo-Button drücken. Und, äh, ja, somit seid ihr immer im Bilde, wenn ein neues Video online geht. Okay, dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao!